Dies ist der Podcast Zukunftssichere Strategien für Ihren Einkauf. Mein Name ist Tanja Damman-Götzsch. Ich gehöre seit über 15 Jahren zu den führenden Beratern im Bereich Einkauf. Lieferkettengesetz. Am 1. Januar 2023 tritt es in Kraft. Was bedeutet das für den Einkauf? Das Lieferkettengesetz wurde geschaffen von der Bundesregierung, um dem globalen Handeln und Wirtschaftlichen einen verantwortlichen Rahmen zu setzen. Viele meiner Kunden sind bereits verantwortlich und haben in ihren Lieferantenportalen die Möglichkeit, neben den normalen Themen vom Onboarding eines Lieferantens und Audit-Themen, Qualitätsmanagement-Themen, auch den Punkt Code of Conduct zu bedienen. Code of Conduct bedeutet, dass ich als Unternehmer mich verantwortlich sehe, Lieferanten, die ich neu dazunehme, dahingehend zu überprüfen, was das Thema Kinderarbeit zum Beispiel oder Zwangsarbeit angeht und auch die Themen wie Umweltschutz. Der Bundestag hat am 11. Juni 2021 einen Gesetzentwurf für die unternehmerische Sorgfaltpflicht innerhalb der Lieferketten verabschiedet. Da hören wir dann so Zahlen wie 19-28-649 und es gibt auch eine geänderte Fassung zu dem Thema Menschenrechte und Umwelt in der globalen Wirtschaft, um diese besser zu schützen. Die länderübergreifende globale Wertschöpfungskette, das sind Zahlen, die kommen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMV genannt, haben festgestellt, dass der Welthandel, rund 80 Prozent sind das, eine Existenzgrundlage für mehr als 450 Millionen Menschen betrifft. Und man sagt einfach, durch dieses Lieferkettengesetz sollen führende Industrienationen wie Deutschland eben einen Beitrag leisten für verantwortliches Handeln und eben sich gegen ausbeuterisches Handeln entscheiden. Also wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen in der Presse damit beschäftigt oder sich auch mal den ein oder anderen Link anschaut, wer heute wirklich denkt, dass Kinderarbeit und Zwangsarbeit per se ist, der täuscht sich leider. Und das Thema hat tatsächlich in der Globalisierung, in Zeiten der Globalisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten ja erlebt haben, ganz stark zugenommen. Und leider gibt es auch noch viele Großkonzerne, die immer noch mehr auf den Profit schauen als auf die Wettbewerbs- und auf die Wettbewerbsvorteile. Und wie gesagt, also mithilfe dieses Lieferkettengesetzes, da sollen die Missständen effektiv entgegengearbeitet werden. Allumfassend Lieferkettengesetz bedeutet Menschenrechte und Umweltschutz. Und wir im Einkauf sind natürlich bei den globalen Lieferketten in der globalen Supply Chain ein ganz aktives Mitglied. Und wir haben einen Fokus auf den Themen Produktion, Investition, Finanzierung, Rohstoffgewinnung, Entsorgung und natürlich auch das Thema Verkauf. Und es gelten künftig für alle Unternehmen in Deutschland die gleichen Regelungen und die gleichen Pflichten. Für viele ist das Lieferkettengesetz ein bisschen zu weich. Also viele hätten sich da noch Größeres und noch mehr gewünscht. Ich denke, Unternehmen, die in der Vergangenheit, was das Thema Umwelt und Menschenrechte angeht, vernünftig gewirtschaftet haben, werden das in Zukunft noch besser machen, werden die Regeln und Anweisungen noch besser umsetzen. Kunden von mir, die dieses Lieferantenportal schon bereitstellen, also Lieferantenportal, wo sich Lieferanten ja im eigenen Intranet selbst anlegen, werden natürlich auch zu dem Thema Lieferkettengesetz in Zukunft noch genauer überprüft werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir dort in dem Bereich so ähnlich unterwegs sein werden, wie wir das in den letzten Jahren dann immer mehr zum Thema Qualitätsmanagement aufgebaut haben. Deutschland gehört zu den Big Playern. Deutschland sollte da eine Vorbildfunktion haben. Und ich bin mir sicher, dass die Logistiker mit vereinten Kräften für mehr Fairness und Nachhaltigkeit im Supply Chain Management sich einsetzen werden und dass es dadurch die Möglichkeit gibt, auch Veränderungen stattfinden zu lassen. Und ja, ich wünsche mir, dass solche Themen auch weiter im Fokus bleiben. Und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, Ihre Tanja Dammann-Götzsch. Und auch über das Thema Lieferkettengesetz finden Sie noch weitere Informationen unter meiner Webseite dammann-götzsch.consulting. Und dann benötigt Sie sich das Thema Mutta-Gritoanno veröb置iden. Und das Ganze mosquitoes 군-GТак- investment-diędzy�네,